Ok, wir sind nochmal umgebracht worden und sind jetzt in einem Kino. Hm. Interessant. Zehn. Ok, da können wir nicht weiter. Hallo, Auge. Wer ist das? Ich bin die Krall, natürlich. Ich werde dich hier weg, wenn sie nicht zu sehen. Ich dachte so. Da sind zwei Dörren aus dem Ort. Eine von ihnen wird sich zurück, zu wo sie liegt. Aber hinter der anderen ist eine große Worte für sie. Es ist etwas, was sie immer wollte. Etwas, was sie für jeden Tag wünscht. Wo sind die Tür? Ich kann sie nicht sehen. Schau einfach zurück auf der richtigen Seite. Ich bin in der Susan, ich kann sie nicht missen. Okay, also hier lang. Mhm. Okay. Ich werde das zu Susan, die besten Juden. Aber das ist die einzige Möglichkeit, zu finden, was sie hat verloren. Und Susan wird es nie wieder zurück. Susan hat eine Frage. Sie kann nur eine von ihnen fragen. Sie muss es verwirklichen. Okay. Ich kann das. Aber was ist das Problem? Es ist sehr einfach. Eine von meinen Gästen immer sagt die Wahrheit. Während der anderen immer lebt. Und ich glaube, du kannst mich nicht wissen, welche ist welche? Es ist etwas, ich habe mir vergessen. A lange Zeit, Susan. Das ist sehr. Was ist das? Das ist so eine Frage. Diese Frage sind also die Vielf Russe, für die richtige Tür. Hm. Da speichere ich doch jetzt mal. Poke. Ich habe also nur eine Frage. Ich habe auch nur eine Frage. Egal welche Frage, äh welche, der beiden ich fragen würde. Ich habe auch nur eine Frage. 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 Okay. Ich habe auch eine Frage. 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 Entschuldigung. Ich habe auch eine Frage. Fertig. Wir müssen jetzt die Schraube im jeden Fall noch mal kontrollieren, aber ist ja egal. So was haben wir halt gerade nicht da. Oder wir basteln dann unsere Waffe weiter drücken, so aus. Okay. Da ist doch der Schraubenschlüssel, den gebraucht ist. Die Schreie sind mir dann noch zu nah. Da hätte ich dann doch gern meinen Speer oder was auch immer fertig. Weil ich immer nach der Meinung bin. Wir brauchen dann noch irgendwas. Aber, ne, okay. Okay, und wo ist denn mein Stuhlbein? Ich mag mein Stuhlbein. Ich hätte es gern wieder. Ich habe nicht die Augen, um deine Angst zu spüren. Scream louder, little bitch. Scream your lungs out. Louder, ich habe gesagt. Yes, this is by far my favorite of songs. Would you like me to dance for you? Unlike you, I know all art needs to be appreciated. Your scream is like a poem without words. Scream. 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 Hier ist die Haare. sneaking da, habe ich sie in Kauf verliefern. Ich dynamic können. Ich habe dich gerne gemenst glymточ.